Warum machst du mit mir, Lofi? Ah, ich hab ein Tattoo, ein Tattoo! Ja, da! Schöcker Tag! Was machst du da? Warte mal! Junge, das ist mein Kanal! Seh zu, dass du hier weg gehst, Junge! Wer bist du, wenn du denkst? Verpiss dich dahin, wo du hin gekommen bist! Du kleiner Schlauchboot! Das ist mein Kanal! Du siehst gut so, Mannsache! Hey, Vandevo! Mein Kanal! Leute, wir sitzen gerade auf jeden Fall jetzt hier. Wir fangen jetzt einfach mit dem Video an auf spontan. Was soll ich hier so filmen, Bro? Doch, egal. Auf spontan. Erstmal, Zabar Angel. Das ist überhaupt gut. Wir haben hier ein bisschen gefrühstückt. Und was sagt Noli? Es ist 16 Uhr, Freunde. Alle! Und ich habe gerade mein Frühstück gegessen. Wir haben es Sonntag. Ich heiße euch jetzt... Du gehst jetzt einfach... Du gehst jetzt einfach rein. Und gehst zu Mama und helft sie einfach. Fährst sie an, schubst sie rum. Dann machen wir so. Ich habe mich töten, so. Mh. 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 Schmerzt du so hinten, so? Achso. Auf jeden Fall, Freunde. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Und viel Spaß mit dem Video hier. Wir turnen einfach ab. Und Freunde, wieder morgen. Lauter reden. Bist langweilig. Achso. So, Freunde. Auf jeden Fall. Kommt morgen ein neues Video online. Äh. Ach, der ist was? Komm, wir haben sie. Tschüss. Kommt morgen square! Kommt etwaig. Kommt dann gleich. Kommt, wir haben sie hier. Kommt. 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 Kommt! Schmerzt du es? Kommt! 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 Ich habe es nicht gesehen, wenn ich nicht. Wir wollen das nicht. Wir brauchen die Hand. Wir haben die Hand. Wir wollen die Hand. Wir sollen das nicht. Ah! Ich habe es gemacht. Ich habe es schon gesagt. Ich habe es geschafft. Warum machst du mit mir, Rofi? Ah, ein Tattoo! Warum? Warum machst du mit mir, Rofi? Ja? Das war eine kleine Lange, Rofi. Warum schlägst du sie so? Warum machst du so mit mir? Hör auf, hör auf. Hör auf, hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Ich will nur wissen, was gibt heute zu essen. Welches Essen? Da esse ich's auf Tisch. Ich hab's gegessen, er hat gegessen. Du hast auch gegessen. Nein, ich hab nur einen, Rost gewartet. Okay, pass auf. Wie fühlst du weiter du? Sei mir ähnlich. Schwul ist die Rose, ne? Hast du gesagt? Ich weiß, du wolltest genau sagen. Anfang an, ich hab doch dir gesagt, mach keine Rose. Aber so hat sie gut gemacht. Aber das ist richtig schön. Kann man richtig so mit Tartur. Richtig schön. Ah! Tarturisch. Ist nicht schlimm. Aber mit dieser Rose, keine Ahnung. Keine Ahnung. Alles gut. Du musst in der Stechen lassen. Du musst in der Stechen lassen, du? Weiteraus vom Küche. Weiteraus. Wir müssen weiter jetzt gleich weggehen. Wir wollen ein Video drehen. Warum? Wir drehen gleich nach oben ein Video. Kannst du nicht so machen, geh? Geh du's putzen. Hä? Was gibt's da zu lachen jetzt an euch beide? Wallah, was denkst du? Ich werde bis zum nächsten Video drehen. Bis zum nächsten Video drehen. Ich bin nicht mehr aufgeschrattet, bis zum nächsten Video drehen, denkst du. Küssst du jetzt meine Hände? Ja, Wallah, lo. Ah, Wallah, so. Ah, Wallah, so. Ja, Mann, Mann, so. Wallah, lo. Aber warum machst du noch so direkt? Ja, guck mal. Wuhu. 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 Ich hab das nicht gegessen. Du, Masse, sag doch die Weid, dass du das machst, Mann. Ich hab das nicht gegessen. 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 Aber was kann ich noch machen? Erzähl mal, wir helfen dir. Guck mal, hier, das ist, kannst du essen, kannst du so gut. Ich hab das nicht gegessen. Lass uns auch an, du musst. Das ist mein Prinz. Das ist ein Prinz. Ich hab das Prinz. Prinz? Ah! 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 Ich kann dich nicht abreden. Ah! Ah! Nicht greifen! Ah! Ah! Wie hat sie gewonnen? Hat sie so gewonnen? Ah! Ah! Das kann dein. Paolo? Ja! Ja! Du hast das. Du hast das nicht gewonnen. Du hast das nicht gewonnen. Ja! Ich hab' einen Schraub. Ich hab' einen Schraub. Du hast das nicht gewonnen. Ich hab' einen Schraub. Was machst du? Du hast einen Video gemacht. Nein, nein. Ich mach' einen Video. Ich mach' nur für uns. Dann wir uns zuhause. Nein, nein. Du kannst nicht viel. Du kannst dich nicht mehr. Ich hab' einen Schraub. Aber jeden Tag das Gesicht. Auf jeden Fall. Ich hab' einen Schraub. 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 Das sieht so long. Du kochst ein bisschen in den Schach. So, dann lass dich in den Schach, dann lass dich in den Schach. Ich schaue mich an. Warum? Warte, warte. Warte, warte. Ja, du? Shagirdak! Leute, auf Deutsch nicht mehr. Shagirdak, ich wollte Shagirdak. Sarsala ist erlaubt. Harry, komm doch mit. Ich hab was. Ich hab was. Hey, Ma. Harry? Der kleine wirft den Ziegelstein runter, Mann. Der ist ja echt dumm. Scheiße, wo ist das? Was denn? Was? Piu. Nein. Nein, nicht. Ich wollte diese Maschra da machen. Willst du hier, was willst du machen? Wo ist das? Keine Ahnung. Das versteckt da. Das hat mir jetzt wehgetan. Ich hab voll richtig raufgehangen. Auf jeden Fall, Leute. Ich möchte ganz kurz eine Sache euch anrufen. Wie alle da draußen sagen. Am 24.12. Jetzt. Dienstag, glaube ich, ist das. Kommt mein neues Video online. Von mir selber. Ich war in Hamburg. Zugarsberg, Blatts. Im Blattsau. Schöne Grüße gehen raus nach Altona. An's Tattoo-Studio. Dankeschön nochmal an Kari. Kari Dost auf Instagram, Leute. Am 24. kommt das Video online. Ich bin mega stolz drauf. Ihr könnt schon das Resultat sehen. Ich mach daraus keine Dramatik. Aber was ich da gemacht habe. Und wie das funktioniert hat. Und wie sie gestorben hat. Werdet ihr alles im Video sehen. Und Kari auf jeden Fall hier mit. Das ist noch schöne Grüße an dich. Super, super. Gute Tata... Tata... Bubble. Tätowiererin. Und es hat mega Spaß gemacht. Und die Gastfreundlichkeit von den ganzen Mitarbeitern. Sehr korrekt. Sehr nice. Vielen, vielen Dank. Das ist das Endresultat. Im Video werdet ihr auf jeden Fall mehr sehen. Und in dem Sinne... Dankeschön. Kari, wie heißt sie? Kari Dost auf Instagram. Kari. Folgt ihr alle auf Instagram, Leute. Genau hier. Wirklich folgt ihr alle auf Instagram. Da könnt ihr sehen, was sie alles macht. Und... Sehr stabil. Und Leute, glaubt mir. Schreibt mir. Schreibt mir. Ihr werdet was... Schönes herausbekommen. Und äh... Hangin. Warum hört sie jetzt kurdische Musik? Ja ne. Warum macht sie Filme mit mir während ich drehe? Ist bei ihm erzählt ihr auch dann, dass das dann nicht mehr funktioniert und Geld verdient? Hörst du, du gehst jetzt hin? Ja. Weil sie sagen, warum hast du dir Erlaubnis genommen, in diesem Video jetzt diese Musik anzumachen? Ich bin der Grüße an Niemals Alim. Nichts gegen dich, mein Schatz. Ja ne. Wo hast du dir Erlaubnis genommen? Healthcare الجadier nicht. Ach 내가 Rather gesagt, dass du Musik anzumachen darfst. тут��ibu ruft ins Sand�. Ja mach ich gut zu klar. Dann war mein Akku ist jetzt auch live, Freunde, deine Kamera ist aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein, subscribe genau hier, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Remy K, Semi K, Kiki, besten als Küche und schöne Grüße gegen Ross und Kadi, schöne, schöne Grüße, da kommt noch viel, viel mehr Leute, 24. neue YouTube-Video von mir im Tattoo-Studio, bis zum nächsten Mal. Bis morgen, Freunde, haut rein, Kiki.